Musik Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt es den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Oh, das sieht gleich fliegen. Doch, also sehe ich mich da nicht. Kann ich auch nichts dafür. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich sehe auch, aber... Das ist ja krug. Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Radpillagge sehe ich. Sehen Sie mal da hin und gucken Sie. Ich gucke mal da hin. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehen nur Sie und ich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier nach da. Achso, die haben das nicht gesehen. Die ist nur von vorne. Das ist gar nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich sehe nicht. Weiß ich. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für die komische Scheibe? Was ist das denn für die komische Scheibe? Ja, tatsächlich. Sie müssen es nicht sehen. Dann hat sich das sehen. Aber ich so. Wenn ich plötzlich mal sichtbar habe, was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Was ist das denn für die komische Scheibe? Ich bin in der vier. Danke. Danke. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Das kann ich auch nichts dafür. Das ist ja eigenartig. Haben Sie den Sitz? Ich bin nicht. Nee, Sie haben ja auch nicht. Entschuldigung, wie spät ist das? In der Uhr bin ich nach vorne. Spät ist kaputt. Gegen vier. Kurz nach vier. Danke. Ich habe den Spiegel nicht verraten. Haben Sie ein Problem? Wir sind hier Spiegel nicht. Kann ich ahnen, das war früher. Erzählt mich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Erzählt mich leicht. Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine andere. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Ich. Ich. Um Sie ein paar Spiegel zu finden. Was sind das? Das sind Spiegel. Die kann man sehen und die kann man nicht sehen. Darf ich mich mal bei jedem da hinstellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Sie sieht man und ich sieht man nicht. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Das ist ja merkwürdig. Ich bin unsichtbar. Auch nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nee. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das ist ein Ding, ne? Ich komme vorhanden ans Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Brille runter. Geht er nicht? Jetzt sehe ich nur noch den Mantel. Das habe ich noch nicht erlebt. Kommt die noch mal zurück? Das ist doch... Oder ist das ihrs? Das ist... Das ist so. Tschüss. Tschüss. Ja.